Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe in unserer Rubrik 3 Fragen an. Heute sprechen wir mit Josef Deitsche, Bildungsreferent der Sportjugend Rheinland und Ideengeber zum Koblenzer Sporterlebnistag. Heute hat hier im Haus des Sports die Pressekonferenz zur Programmvorstellung des Sporterlebnistages stattgefunden. Die Sportjugend freut sich auf eine begeisternde Veranstaltung. Lieber Josef, ganz kurz, wann findet der Sporterlebnistag statt und wer ist die genaue Zielgruppe? Am Sonntag, 22. September von 13 bis 17 Uhr richtet die Sportjugend Rheinland 12. Koblenzer Sporterlebnistag aus. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene sind herzlich eingeladen. Eintritt ist kostenfrei. Kostenfreier Eintritt, sehr gut. Was ist der Sporterlebnistag genau und wer sind die Partner? Sporterlebnistag, das ist eine Messe der Sportvereine aus Koblenz und ihre Umgebung. Der Sporterlebnistag wird auch unterstützt von Stadt Koblenz, Sport- und Wetteramt, ADD und Kinder- und Jugendbüro Koblenz. Also vielfältige Partner mit im Boot. Und was sind die Ziele der Sportjugend Rheinland mit dem Sporterlebnistag? Sporterleben, Sport entdecken. Unter dem Motor richtet Sportjugend Rheinland der Koblenzer Sporterlebnistag aus, wo auch die Koblenzer Vereine und Vereine aus näherer Umgebung eigene Angebote vorstellen und so für neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Das ist ja unser Ziel, dass die Vereine neue Vereinsmitglieder gewinnen können. So schnell können drei Fragen zu Ende gehen. Wir haben gesprochen mit Josef Deitschel, Bildungsreferent bei der Sportjugend Rheinland und Ideengeber zum Koblenzer Sporterlebnistag. Geht hin am 22. September von 13 bis 17 Uhr in der CGM Arena in Koblenz.